ARD Text im Auftrag von Funk Und was machst denn du da? Ja, das passiert halt, wenn man zu lange in Quarantäne ist. Was lese ich? Stephen Hawking. Ja, das ist doch langweilig. Aber komm, wir spielen etwas. Komm, wir spielen. Cast Away. Ich bin Wilson und du bist Tom Hanks. Komm, schrei mal. Wilson! Nein, sicher nicht. Doch, ich muss schreien. Wilson! Nein, ich lese. Bin ich endlich mal der Lustige, hast du keine Lust? Ich will lesen. Abfahren. Ist nicht so schön denn nicht. Mann, Mann! Mama vibröte. Was ist von vorne auch. Bin ich echt selbst von vorne altre. Aber okay, find doch nicht tutaj! worship der căn N